... das Bange des Ungewissens, was die Zukunft bringen möge. Die Verhandlungen sind abgeschlossen und nun herrscht Erwartung. Wir haben die Gelegenheit, uns selbst in diese Situation zu verdenken und gemeinsam zu schweigen und der vielen Toten zu gedenken, die die Kriegsjahre gebracht haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.